Das folgende Jahr hatte den Posthumus Cominius und Titus Lartius zu Konsulen. In diesem Jahr kam es zu Rom bei einem Auflauf über dem Mutwillen einiger junger Sabina, welche bei Gelegenheit der öffentlichen Spieler sich mit Gewalt liederlicher Dirnen bemächtigten, zur Schlägerei und beinahe zu einer Schlacht. Und aus dieser Kleinigkeit schien ein neuer Krieg hervorzugehen. Dieser Besorgnis vor einem Sabinerkrieg verbannt sich auch die völlige Gewissheit, dass auf Betrieb des Octavius Mamilius schon 30 Völker sich gegen Rom verschworen hätten. In der allgemeinen Verlegenheit, mit der man den wichtigsten Auftritten entgegensah, kam die Wahl eines Diktators zum ersten Mal in Vorschlag. Man weiß aber nicht gewiss, in welchem Jahr und wer die Konsulen waren, in die man als Anhänger der Tarquinia ein Misstrauen setzte, denn auch dies findet sich angegeben. Noch wer der erste Diktator war. Indes finde ich bei den ältesten Erzählern den Titus Lartius als den ersten angegeben, den man zum Diktator wählte, und den Spurius Cassius als seine Magister Äquitum. Man nahm dazu zwei Konsularen. So bestimmte es das über die Wahl eines Diktators gegebene Gesetz. Um so viel geneigter bin ich zu glauben, dass man es schicklicher gefunden habe, den Spurius Lartius, einen Konsular, den Konsulen zum Aufseher und zum Anführer zu setzen, als den Manius Valerius, des Markus Sohn und Volesus Enkel, der noch nicht Konsul gewesen war. Und hätte man durchaus den Diktator aus dieser Familie nehmen wollen, so würde man doch weit eher den Vater Markus Valerius genommen haben, einem Mann vom bewährten Verdienst und gewesenem Konsul. Als so zum ersten Mal in Rom ein Diktator gewählt war, gerieten die Bürger beim Anblick der aufgesteckten Beiler in eine solche Furcht, dass sie sich's weit mehr angelegen sein ließen, aufs Wort zu gehauchen. Denn hier fand nicht, wie bei den Konsulen, welche beide gleiche Macht hatten, Schutz von Seiten des Nebenkonsuls oder Ansprache ans Volk und überhaupt kein anderes Hilfsmittel statt, als aufs Gehochen bedacht zu sein. Auch die Sabiner setzten die Wahl eines Diktators zu Rom um so viel mehr in Furcht, weil sie geglaubt hatten, er sei ihretwegen gewählt. Sie ließen also durch Gesandte auf Frieden antragen. Auf ihre Bitte beim Diktator und Senat, sie möchten jungen Leuten einen Fehltritt verzeihen, bekamen sie zur Antwort, Jünglingen könne man verzeihen, nicht aber greisen, welche einen Krieg nach dem anderen anstifteten. Doch kam es zu Unterhandlungen und die Sabiner würden den Frieden erlangt haben, wenn sie sich, wie man verlangte, hätten gefallen lassen wollen, die schon auf den Krieg gewandten Kosten zu tragen. Man gab ihnen die Kriegserklärung. Doch verlief bei einem nicht verabredeten Waffenstillstand das Jahr. Die Konsulen Servius Sulbitius, Manius Tullius Es fiel nichts Merkwürdiges vor. Darauf Titius Ebutius und Gaius Vetusius. Unter diesen Konsulen wurde Fiedenä belagert, Krustumeria erobert, Brenneste fiel von den Latinern an die Römer ab und der Latinische Krieg, der schon mehrere Jahre unter der Asche glomm, wurde nicht länger verschoben. Der Diktator Aulus Postumius und der Magister Äquitum Titus Ebutius, die mit einer ansehnlichen Macht zu Fuß und zu Pferde ausrückten, trafen den Feind beim See Regillus im Tuskulanischen. Und als man erfuhr, dass sich im Heer der Latine die Tarquinia befänden, so gestattete die Erbitterung keinen Aufschub des Angriffs. So wurde denn das Treffen weit hartnäckiger und schrecklicher als sonst. Denn auch die Feldherren schienen nicht bloß darum hier zu sein, das Ganze durch Übersicht zu lenken, sondern sie ließen sich, mit Aussetzung ihrer Person, auf Kämpfe untereinander ein. Und in beiden Heeren schied der Anführer beinahe keiner ohne Wunder aus dem Treffen, den römischen Diktator Postumius ausgenommen. Auf ihn, als er in der Vorderreihe die Seinen ermunterte und stellte, kam Tarquinius Superbus, war er gleich an Jahren und Kraft nicht der gewandte Tummler mehr, geraden Weges mit seinem Pferde herangesprengt, wurde aber von der Seite her verwundert und von den herbeieilenden Seinen in Sicherheit gebracht. Am anderen Flügel hatte Ebutius, der Magister Äquitum, einen Angriff auf den Octavius Mamilius getan. Der Tuskulanische Feldherr sah ihn kommen, spornte sein Pferd auch gegen ihn, und sie trafen mit eingelegter Lanze so kräftig zusammen, dass Ebutius einen Stich durch den Arm, Mamilius eine Wunde auf der Brust bekam. Und ihn nahmen die Latine ins zweite Glied auf. Ebutius aber, der mit seinem wunden Arm die Lanze nicht führen konnte, verließ das Treffen. Der latinische Feldherr ließ sich durch seine Wunde nicht abhalten, fuhr fort zum Kampfe zu ermuntern, und weil er bei den Seinen Mutlosigkeit bemerkte, ließ er die Schar anrücken, die aus verbannten Römern bestand, und den Titus, den Sohn des Tarquinius, zum Führer hatte. Den Verlust ihrer Güte und ihres Vaterlandes zu rächen, kämpfte sie mit größerer Erbitterung und stellte das Gefecht eine Zeit lang wieder her. Schon wichen die Römer auf dieser Seite, als Marcus Valerius, des Publikola Bruder, den kecken Prinzen Tarquinius gewahr wurde, wie er an der Spitze der Vertriebenen sich ein Ansehen gab. Wetteifernd dem Ruhme seines Bruders und dem Valerian die Ehre zu erwerben, die durch sie verjagten Könige auch erlegt zu haben, gab er seinem Pferd die Spornen und sprengte mit eingelegter Lanze gegen den Tarquinius. Tarquinius wichte einen erbitterten Feind in den Haufen der Seinigen. Den zu unvorsichtig in die Linie der Vertriebenen eindringenden Valerius nahm ein Ungenannter von der Seite und durchstach ihn. Und das Pferd, durch die Verwundung seines Reiters nicht im Mindesten aufgehalten, streckte den sterbenden Römer, über dem seine Waffen zusammenstürzten, zur Erde. Als der Diktator Postumius einen solchen Mann verloren, die Verbanden mutig im Eilschritt vordringen, die Seinigen voll Bestürzung weichen sah, gab er seiner Kohorte, einer Schar Auserlesener, die ihn als Bedeckung umschlossen, den Befehl, jeden der ihrigen, den sie fliehen sahen, als Feind zu behandeln. So von beiden Seiten bedroht, wandten sich die Römer von der Flucht gegen den Feind, und die Linie wurde wiederhergestellt. Jetzt erst trat die Kohorte des Diktators zum Gefecht. Noch ungeschwächt an Körperkraft und Mut, fiel sie auf die ermatteten Vertriebenen und hieb sie zusammen. Hier gerieten abermals zwei Führer aneinander. Als der latinische Feldherr die Schar der Vertriebenen vom römischen Diktator beinahe umzingelt sah, raffte er einige Haufen der Aufgesparten mit sich fort ins erste Glied. Delegat Titius Herminius sah sie im Zuge herankommen, erkannte unter ihnen den durch Kleidung und Waffen sich auszeichnenden Mammilius und brach mit so viel kräftigerem Ungestüm als kurz zuvor der Magister Äquitum auf den feindlichen Heerführer ein, dass er ihn mit einem Stoß durch die Seite durchbohrte und tötete. Er selbst aber wurde, während er dem erschlagenen Feind die Waffen abnahm, von einem Wurfpfeil getroffen und starb, wie man ihn als Sieger ins Lager zurückgebracht hatte, unter dem ersten Verband. Jetzt flog der Diktator zur Reiterei und beschwur sie, weil das Fußvolk ermattet sei, abzusitzen und die Schlacht auf sich zu nehmen. Sie gehochten aufs Wort, sprangen von den Pferden und deckten das erste Glied mit vorgehaltenen Schilden. Sogleich bekam die Linie des Fußvolks wieder Mut. Sie sah, dass die vornehmsten Jünglinge sich mit ihr auf gleichem Fuß dem Gefecht unterzogen und die Gefahr mit ihr teilten. Da wurden endlich die Latiner von der Stelle gedrängt und nahmen geschlagen die Flucht. Die Reiterei saß wieder auf, den Feind verfolgen zu können, und das Fußvolk drang ihr nach. Hier war es, wo, der Erzählung nach, der Diktator, um keine Art der Mitwirkung von Göttern und Menschen aus der Acht zu lassen, dem Kastor einen Tempel gelobte und die Preise für die Soldaten ausrufen ließ, wer als der Erste, wer als der Zweite in das feindliche Lager dringte. Und der Eifer wurde so groß, dass die Römer in dem Andrang, der ihren Feind schlug, auch sein Lager eroberten. So focht man in der Schlacht am See Regillus. Der Diktator und der Magister Equitum kamen im Triumph wieder zur Stadt. In den nächsten drei Jahren war kein fester Friede, auch kein Krieg. Die Konsulen waren Quintus Clölius und Titus Latius. Dann Aulus Sempronius und Marcus Minutius. Unter ihrem Konsulat wurde der Tempel des Saturnus geweiht und die Saturnalien als fest angeordnet. Darauf wurden Aulus Postumius und Titus Virginius Konsul. Bei einigen finde ich die Schlacht am See Regillus erst auf dieses Jahr angegeben. Aulus Postumius habe, weil der Nebenkonsul verdächtig gewesen sei, sein Konsulat niedergelegt und sei dann zum Diktator ernannt. Man sieht sich hier in der Absicht auf die Zeitfolge. Wenn man die Namen der Obrigkeiten bei dem einen so, bei dem anderen anders geordnet findet, in solcher Ungewissheit, dass man bei dem hohen Alter der Begebenheiten sowohl als ihre Erzähler unmöglich die Reihe angeben kann, in der die einen Konsul auf die anderen folgten oder die Begebenheiten jenes Jahres eintraten. Darauf wurde Appius Claudius und Publius Servilius Konsul. Dies Jahr ist durch die Nachricht vom Tod des Tarquinius merkwürdig. Er starb zu Kume, wohin er sich, als durch die Niederlage die Macht der Latiner gebrochen war, zu dem Stadtherrn Aristodemus begeben hatte. Diese Nachricht hob die Väter, hob die Bürger. Allein für die Väter wurde diese Freude zu üppig. Allmählich fingen die Vornehmen an, den Bürgern, gegen die sie bis dahin so äußerst gefällig gewesen waren, Unrecht zu tun. In eben dem Jahr wurde nach Signia, einer vom König Tarquinius angelegten Pflanzstadt, um die Zahl der Einwohner zu ergänzen, neue Pflanzer ausgeführt. Zu Rom wurde die Zahl der Bezirke auf 21 erhöht und am 15. Mai der Tempel des Mercurius eingeweiht. Mit den Volkskern war während des Latiner Krieges weder Friede noch Krieg gewesen. Denn teils hatten die Volkskern Hilfstruppen aufgebracht, welche zu den Latinern stoßen sollten, wäre ihnen nicht der römische Diktator zuvorgekommen. Teils kam man ihnen von römischer Seite nur darum zuvor, um nicht in einer Schlacht Latiner und Volsker zugleich gegen sich zu haben. Dies zu rächen, führten die Konsulen die Legionen ins volskische Gebiet. Die Volsker, die für einen Vorsatz keine Strafe fürchteten, setzte die unerwartete Erscheinung in Schrecken. Ohne an Gegenwehr zu denken, stellten sie 300 Kinder aus den vornehmsten Häusern Koras und Pometias als Geisel. So wurden die Legionen ohne Gefecht wieder abgeführt. Kaum aber schwand bei dem Volskern die Furcht, als ihre alte Neigung zurückkehrte. Sie rüsteten sich abermals heimlich zum Krieg und machten die Hanika zu Waffengefährten. Auch schickten sie an mehrere Orte Gesandtschaften, um Latium aufzuwiegeln. Allein die neulich am See Regillos erlittene Niederlage hatte den Latinern gegen jeden, der zum Krieg riet, einen so erbitterten Hass eingeflößt, dass sie sich sogar Gewalt an den Gesandten erlaubten. Sie ergriffen die Volsker und brachten sie nach Rom. Hier wurden sie den Konsulen überliefert und gestanden, dass sich die Volsker und Hanika gegen Rom zum Krieg rüsteten. Als die Sache vor den Senat gebracht wurde, waren die Väter mit dem Benehmen der Latiner so zufrieden, dass sie ihnen 6000 Gefangene zurückgaben und den Abschluss eines Bündnisses, das man ihnen fast auch immer verweigert hatte, nur bis auf die neuen Konsulen aussetzte. Nun vollends waren die Latiner hoch erfreut über ihre Tat und die Freunde des Friedens ernteten großen Ruhm. Sie schickten in Jupiter einen goldenen Kranz zum Geschenk aufs Kapitol. Mit den Gesandten und dem Geschenk kam als Begleitung eine große Menge jener der ihrigen zurückgeschickten Gefangenen. Diese suchten jeder das Haus auf, wo er gedient hatte. Sie dankten für die gütige Behandlung und Pflege in ihrem Unglück und knüpften den Bund des Gastrechts. Noch nie hatten die Latiner, als Staat oder als Einzelne, an ihren Oberherren, die Römer, sich so enge angeschlossen als damals. Jetzt aber drohten teils der Volkskische Krieg, teils wütete, gleich einem inneren Feuer, in dem mit sich selbst uneinigen Staate Erbitterung zwischen den Vätern und Bürgern, hauptsächlich wegen der Schulden halber verhafteten. Diese muten laut, wenn sie im Ausland für Freiheit und Oberherrschaft ihr Leben gewagt hätten, würden sie zu Hause von ihren Mitbürgern gefangen gelegt und zugrunde gerichtet. Die Freiheit des Bürgerstandes sei im Krieg sicherer als im Frieden, unter den Feinden sicherer als unter den Mitbürgern. Und dieser Groll, der ohnehin schon glühte, kam durch das auffallende Elend eines einzigen zum Ausbruch. Ein hochbetagter Mann stürzte mit allen Zeichen seiner Leiden auf den Markt. Überzogen war sein Kleid vom Schmutz und noch kläglicher der Anblick seines in Blässe und Abzehrung verfallenen Körpers. Außerdem gaben Bart und Haare langgewachsen seinem Gesicht ein verwildertes Aussehen. In dieser Entstellung kannten ihn gleichwohl mehrere und sagten, er sei lange Hauptmann gewesen und unter allgemeinem Bedauern erzählte man sich verschiedene seiner Ehrentaten im Kriege. Er selbst enthüllte die Zeugen manches ehrenvollen Gefechts, seine Narben vorn auf der Brust. Auch die Fragen, wie er zu diesem Aufzug, zu dieser Entstellung komme, erzählte er der Menge, die ihn als eine förmliche Versammlung umschloss. Während er im Sabiner Krieg Dienste getan, habe er bei den Verheerungen seine Ernte eingebüßt. Sein Hof sei abgebrannt, alles geplündert, die Herden weggetrieben, für ihn sehr zur Unzeit Tribut eingefordert. Da habe er Schulden machen müssen. Diese unter den Zinsen angewachsen, hatten ihn zuerst um sein väterliches und großväterliches Grundstück gebracht, dann um sein übriges Vermögen und zuletzt habe dieser Krebs ihn selbst ergriffen. Er sei dem Gläubiger als Leibeigner hingegeben, nicht in die Sklaverei, nein, in ein Zuchthaus und auf die Marterkammer. Dann zeigte er ihnen seinen Rücken von den frischen Spuren der Schläge scheußlichst gemarkt. Auf diesen Anblick, auf diese Erzählung, erhob sich ein allgemeines Geschrei. Das Lärme beschränkte sich nicht auf dem Markt, sondern durchlief eintalben die ganze Stadt. Verhaftete und verhaftet Gewesene stürzten von allen Seiten auf die Gasse und schrien laut um Hilfe und nirgends fehlte es am freiwilligen Begleitern des Auflaufs. Durch alle Straßen sah man hier und dort schreiende Züge zum Markt eilen. Mit ihrer großen Gefahr trafen diejenigen von den Vätern, die eben auf dem Marktplatz waren, auf diesen Schwarm. Und man würde sich an ihnen vergriffen haben, wären nicht die Konsulen Publius Servilius und Appius Claudius den Aufruhr zu dämpfen herbeigeeilt. An sie wandte sich die Menge, zeigte ihnen ihre Fesseln und ihren übrigen kläglichen Aufzug. Darum also hätten sie sich so sauer werden lassen, sagten sie und vorwerfend erzählte jeder, wo er sich brav gehalten hatte, der eine hier, der andere dort. Mehr drohend als bittend drangen sie darauf, sie sollten den Senat berufen und umstellten das Rathaus, um die Verhandlungen im Staatsrat selbst prüfen und leiten zu können. Nur sehr wenige der Väter, die der Zufall herbeiführte, wurden zu den Konsulen hingezogen. Die übrigen hielt die Flucht nicht bloß vom Rathaus, sondern auch vom Markt zurück und im Senat erlaubte die geringe Anzahl der Mitglieder keine Verhandlung. Nun vollends glaubte die Menge, man suche ihr nur auszuweichen und sie hinzuhalten und die fehlenden Väter waren nicht nur Zufall, nicht aus Furcht weggeblieben, sondern damit nichts aus der Sache werden möge. Die Konsulen selbst nehmen sich so zögernd und ganz gewiss treiben man mit ihrem Elend ein Gespött. Schon war es nahe daran, dass selbst die Würde der Konsulen die Erbitterung der Menschen nicht länger in Schranken hielt, als die Väter ungewiss, ob sie sich durch Ausbleiben oder kommen größere Gefahr aussetzten, im Senat erschienen. Allein, wie nun endlich die Versammlung zahlreich genug war, konnten sich weder die Väter noch die Konsulen selbst über ihre Meinungen vergleichen. Appius, ein Mann von heftiger Sinnesart, riet zu konsularischer Strenge. Nehme man einen oder den anderen beim Kopf, so würden die übrigen ruhig werden. Zervilius, mehr für sanftere Mittel geeignet, meinte, den Zorn des Volkes zu beugen, statt ihn zu brechen, würde teils sicherer, teils leichter sein. Mitten unter diesen Beratschlagungen ein neuer, größerer Schrecken. Sprengten latinische Ritter mit den lärmenden Botschaften heran, die Volsker wären mit Sprengten latinische Ritter mit der lärmenden Botschaft heran, die Volsker wären mit feindlichem Heer im Anzug die Stadt zu stürmen. Diese Nachricht tat auf die Väter ganz andere Wirkung als auf die Bürger. So völlig war der Staat durch die Zwietracht aus einem in zwei zu fallen. Das Volk frohlockte vor Freude. Da zeige sich die göttliche Rache für die Unmenschlichkeit der Väter. Einer bestärkte den anderen, sich ja nicht anwerben zu lassen. Sie wollten lieber mit allen als allein zugrunde gehen. Die Väter möchten nun Dienste tun, die Väter zu den Waffen greifen, damit nicht den einen die Gefahren des Kriegs und den anderen die Belohnungen zuteil würden. Ganz anders als im Rathaus. Niedergeschlagen und bestürzt über die von zwei Seiten von Bürgern und Feinden drohende Gefahr, baten die Väter den Konsul Servilius, der mehr die Gabe des Volksgefälligen hatte, den Staat aus diesen großen, ihn umgebenden Gefahren zu retten. Nach Entlassung des Senats trat der Konsul vor dem Volk auf. Er versicherte die Väter dächten schon darauf, den Bürgern zu helfen. Allein ihre Beratschlagung, die freilich den größten, doch aber immer nur einen Teil des Staats betreffe, sei durch die Furcht für das Gesamtwesen unterbrochen. Und solange die Feinde vor den Toren Umständen könne unmöglich dem Krieg etwas anderes vorgehen. Sollten diese aber auch einige Frist gestatten, so werde es teils den Bürgern keine Ehre machen, nicht anders als gegen vorausgezahlten Lohn, die Waffen für das Vaterland zu ergreifen, teils den Vätern nicht anständig sein, mehr gezwungen, als späterhin aus eigenem Willen, den Auf diese Bekanntmachung ließen sich nicht allein die Schuldsklaven, welche zugegen waren, auf der Stelle zur Werbung einschreiben, sondern von allen Seiten lief aus der ganzen Stadt die Menge derer, die aus den Sklavenzellen sich aufmachten, weil jetzt kein Gläubiger sie halten durfte, dem Markte zu, um zur Fahne zu schwören. Sie machten eine beträchtliche Mannschaft aus, und im Volskischen Krieg tat es ihnen an ausgezeichneter Tapferkeit und Brauchbarkeit niemand zu vor. Der Konsul führte die Truppen gegen den Feind und schlug in geringer Entfernung von ihm sein Lager auf. In der nächsten Nacht machten die Volsker, die auf die um eben durch die Nachtzeit einem Übergang oder einer Verräterei die Hand zu bieten, einem Versuch auf das Lager. Sie wurden von den Wachen bemerkt, das Heer geweckt und auf das gegebene Zeichen griff alles zu den Waffen. So war dem Volskern dies unternehmen vereitelt. Die übrige Zeit der Nacht genoss man von beiden Seiten der Ruhe. Am folgenden Morgen warfen die Volskern mit Tagesanbruch die Graben zu und Nieder schon forderte vom Konsul alle rund umher und vorzüglich die Schuldsklaven mit Geschrei das Zeichen. Und noch zögerte er, weil er den Mut seiner Soldaten erproben wollte. Endlich überzeugte er sich von ihrem brennenden Eifer, gab das Zeichen zum Ausfall und entließ sie voll Begierde zum Kampf. Gleich im ersten Anlauf waren die Feinde geworfen. Das Fußvolk verfolgte sie im Nachhauen, solange sie abreichen konnte. Die Reiterei jagte die Gescheuchten bis an ihr Lager. Bald wurde selbst das Lager von den Legionen umringt und weil der Schrecken die Volska auch hier vertrieb, erobert und geplündert. Tags darauf wurden die Legionen vor Suessa Prometia geführt, wohin sich der Feind geflüchtet hatte, die Stadt in wenigen Tagen erobert und zur Plünderung preisgegeben, bei der die Ärmeren unter den Soldaten einige Erholung fanden. Der Konsul führte das siegreiche Heer mit dem größten Ruhm nach Rom zurück. Auf seinem Abzug nach Rom meldeten sich bei ihm die Gesandten der Volskischen Stadt etc., welche die Eroberung von Pometia für sich selbst besorgt machte. Durch einen Senatsschluss wurde ihnen der Friede zugestanden, aber ein Stück Landes genommen. Gleich darauf machten auch die Sabiner den Römern einen kleinen Schrecken, denn es war mehr ein Aufstand zum Krieg als ein Krieg. Bei Nacht lief in der Stadt die Nachricht ein, ein Heer sabinischer Plünderer sei bis zum Fluss Agno vorgedrungen und verheere und verbrenne die Landhäuser allen Talben. Sogleich schickte man mit der sämtlichen Reiterei den Aulius Postumius hin, der im Latiner Krieg Diktator gewesen war. Der Konsul Servilius folgte mit einer auserlesenen Mannschaft zu Fuß. Sehr viele Sabiner wurden auf ihren Streifereien schon von der Reiterei umringt, aber auch die Legion hielt dem ankommenden Fußvolk nicht stand. Ermüdet vom Marsch und der nächtlichen Plünderung, großteils in den Landhäuser mit Speise und Wein überladen, hatten sie kaum Nacht, da man von ihm hörte, beendet. Und man hatte große Hoffnung, sich auf allen Seiten Friede geschafft zu haben, als schon den folgenden Tag Gesandte der Aurunca vor dem Senat erschienen und den Römern den Krieg erklärten, wenn sie den Volskern das Stück Land nicht herausgeben. Mit den Gesandten zugleich war ein Heer Aurunca von Haus ausgegangen und der Ruf davon setzte alles in Rom, weil man sie schon in der Nähe von Aritia gesehen hatte, in eine so stürmische Bewegung, dass man weder die Väter der Reihe nach stimmen lassen, noch während man selbst zu dem Waffen griff Leuten, die mit den Waffen schon ankamen, eine friedliche Antwort erteilen konnte. Zum Angriff bereit ging der Zug nach Aritia. Nicht weit von da lieferte man den Aurunca eine Schlacht und in wenigen Tagen Sieger sovieler Feinde rechnet er jetzt auf die Zusage seines Konsuls auf das Wort des Senats. Als Appius, teils nach der ihm eigenen Härte, teils seinem Mitkonsul, um das öffentliche Vertrauen zu bringen, in den Schuldklagen mit möglichster Strenge zurechterkannte. Nach der Reihe wurden nicht nur die gewesenen Schuldsklaven den Gläubigern wieder überliefert, sondern auch neue in die Sklaverei gegeben. So wie dies einen Soldaten betraf, berief sich dieser auf den Mitkonsul. Alle sammelten sich um den Servilius, pochten auf seine Verheißungen und rückten ihm jeder seine Taten im Kriege und die erhaltenen Narben vor. Sie verlangten, er solle entweder dem Senat die Sache vortragen oder seinen Bürgern als Konsul helfen, als Feldherr seiner Soldaten. Dies rührte den Konsul. Allein die Umstände geboten ihm Zurückhaltung. So geradezu hatten nicht nur sein Mitkonsul, sondern auch der ganze Anhang der Adligen sich auf die Gegenpartei geworfen. Indem er so den Unentschiedenen machte, entging er ebenso wenig dem Hass der Bürger, als er sich das Wohlwollen der Väter erwarb. Die Väter hielten ihn für einen unmännlichen kriechenden Konsul, die Bürger, für falsch. ihnen den Tempel des Mercurius einweihen sollte. Ablehnend wies der Senat die Sache an das Gesamtvolk, bestimmte aber, wem von beiden auf Erkenntnis des Volkes diese Weihe übertragen würde, der solle über den Preis der Lebensmittel die Aufsicht haben, die Kaufleute zu einem Handelsgericht vereinen und an Oberpriester Stadt die Feierlichkeiten ausrichten. Das Volk übertrug die Einweihung des Tempels dem Marcus Letorius einem Hauptmann des ersten Haufens nicht so wohl wie leicht zu ersehen war, dem Mann eine Ehre anzutun, dem man ein Geschäft weit über seinen Rang verlieh, als den Konsulen eine Kränkung. Nun vollends wütete der eine Konsul samt den Vätern. Allein im Bürgern war der Mut gewachsen und sie gingen auf einem ganz anderen Weg zu Werk, als sobald sie einen Schuldner vor Gericht führen sahen, von allen Seiten herbei und tobten und schrien so laut, dass man ebenso wenig vom Ausspruch des Konsuls hörte, als wenn er ihn getan hatte, ihn befolgen konnte. Man verfuhr mit Gewalt und stattdessen, dass vorher Furcht und Freiheitsgefahr auf Seiten der Schuldner war, so traf dies jetzt die Gläubiger, die als einzelne gab niemand seinen Namen an, worüber Appius in Wut geriet und seinen Amtsgenossen einen Kriecher schallt, der, dem Volk zu gefallen stumm, am Staat zum Verräter werde und nach Unterlassung der Gerichtspflege in den Schuldklagen jetzt so weit gehe, dass er nicht einmal dem Senatsbefehl gehorsam eine Werbung halte. Dennoch sei der Staat noch nicht durchaus verlassen, die Macht eines Konsuls noch nicht gestürzt. Er allein werde seine und der Väter Würde zu behaupten wissen und dahintäglich die immer dreister werdende Menge umstand, ließ er einen der lautesten Aufrührer greifen. Schon schleppten die Gerichtsdiener ihn fort, da sprach er das Volk an, aber Appius würde auf die Ansprache keine Rücksicht genommen haben, weil des Volkes Urteil leicht vorauszusehen war. Hätten nicht endlich mehr die Ersten der Väter durch ihre Verwendung und Ansehen als das Geschrei des Volkes seinen Starrse mit viel Mühe besiegt. So sehr hatte er Mut voll auf, dem Hass die Stirn zu bieten. Nun nahm das übeltäglich zu, nicht sowohl durch das öffentlich getriebene Geschrei, als was weit verderblicher war, durch Versammlungen in Winkeln und geheime Verabredungen. Endlich legten die den Bürgern verhassten Konsulen ihr Amt nieder. Savilius bei keiner Partei beliebt, Appius bei den Vätern in hohem Grade. Nach ihnen traten Aulus Virginius und Titus Vethusius das Konsulat an. Nun hielten die Bürger, noch ungewiss, was sie für Konsulen an ihnen haben würden, sogar nächtliche Zusammenkünfte, teils auf dem Esquilin, teils auf dem Aventin, und weder auf dem Markt über ihre Entscheidungen in Verlegenheit zu geraten, noch in allen Stücken blindlings und auf gut Glück zu verfahren. Die Konsulen, die die Sache für das, was sie war, für verderblich hielten, brachten sie vor den Senat. Allein die Stimmen der Reihen nach über ihren Antrag abzuhören, war ihnen nicht möglich. So lärmend erklärten die Väter durch Geschrei von allen Seiten ihren Unwillen, Stände noch Obrigkeiten an der Spitze des Staates, so würde wahrlich in Rom außer der öffentlich berufenen keine Zusammenkunft stattgefunden haben. Jetzt sei der Staat, da es Zusammenkünfte aus den Esquilin und wieder andere auf dem Aventin gebe, in unzählige Rathäuser und Versammlungen zerrissen und zerstückelt. Bei Gott! Ein einziger Mann, denn dies sage mehr als Konsul, wie man ihn in Appius Claudius gesehen habe, würde in einem Nu jene Rotten auseinander gesprengt haben. Als die so hart angelassenen Konsulen anfragten, was sie denn tun sollten, denn sie wollten in keinem Stück lässiger oder nachgiebiger Verfahren, als es die Väter verlangten, so beschloss man, sie sollten mit möglichster Strenge eine Werbung halten. Der Übermut des Volkes sei die Folge der Ruhe. Nach Entlassung des Senats bestiegen die Konsulen den und die gleich einer Versammlung sie umströmende Menge rief Länger lassen sich die Bürger nicht täuschen. Nie sollten sie einen Soldaten haben, wenn das Wort des Staats nicht gehalten würde. Zuvor müssten sie jedem Einzelnen seine Freiheit wiedergeben, ehe sie ihm die Waffen geben, damit er für ein Vaterland und für Mitbürger zu fechten habe und nicht für Zwingherren. Die Konsul sahen freilich, was ihnen vom Senat aufgetragen war, sahen aber auch von denen, die hinter den Wänden des Rathauses so vorlaut gewesen waren, nicht einen sich anfinden, um den Hass mit ihnen zu teilen und offenbar sah man einen heftigen Kampf mit dem Volk entgegen. Ehe sie also das Äußerste versuchten, wollten sie lieber den Senat noch einmal befragen. Noch zudringlicher umringten jetzt fast alle jüngeren Väter die Stühle der Konsulen und forderten sie auf, das Konsulat abzugeben und eine Regierung niederzulegen, zu deren Behauptung es ihnen an Mut fehle. Als die Konsulen so mit der Stimmung auf beiden Seiten sich gehörig bekannt gemacht hatten, fingen sie endlich an. Sagt nicht, ihr versammelten Väter, wir hätten euch nicht gewarnt. Ein großer Aufruhr ist im Ausbrechen. Wir verlangen, dass diejenigen, welche uns der Feig hat am lautesten beschuldigen, bei der anzustellenden Werbung bei uns stehen. Wir wollen in der Sache, wenn das einmal euer Wille ist, selbst die Maßregeln des Hitzigsten unter euch befolgen. Sie gingen wieder auf den Richterstuhl und ließen geflissentlich einen von denen Beinamen auffordern, die ihnen zunächst vor Augen waren. Er stand und schwieg. Einige andere stellten sich im Kreis um ihn, falls er angegriffen würde, und als die Konsulen einen Gerichtsdiener hingehen ließen, trieb man diesen zurück. Die Väter, welche Beisitzer der Konsulen waren, schrien, das sei unerhört, und rannten vom Richterstuhl herab, dem Diener zu Hilfe. Hatte man den Hescher bloß abgehalten, jenen zu greifen, so geschah nun auf die Väter ein Nicht ohne Unordnung wurde der Senat versammelt, mit noch größerer befragt, weil diejenigen, welche Schläge davongetragen hatten, auf eine Untersuchung drangen, und die Ungestümen alle nicht sowohl durch abgegebene Stimme als mit Geschrei und Lärmen den Befehl dazu verlangten. Als endlich die Anmerkung der Konsulen, dass die Vernunft ihren Sitz ebenso wenig auf dem Rathaus auf dem Markt habe, jene ordentlichen Stimmensammlung. Und es gab der Meinungen drei. Publius Virginius machte eine Einschränkung und riet, sich nur auf die jenigen einzulassen, die auf das Ehrenwort des Konsuls Publius Servilius im Volskar, Aurunca und Sabiner Krieg gedient hätten. Titus Larcius Jetzt sei die Zeit nicht bloß Verdienste zu belohnen. Der ganze Bürgerstand sei in Schulden versunken und keine Rettung möglich, wenn nicht allen geholfen würde. Im Gegenteil, wenn man den einen anders behandeln wolle als den anderen, so würde die Zwietracht mehr entzündet als gedämpft werden. Appius Claudius, von Natur der unsanfte und jetzt teils durch seinen Hass im Volk, teils durch die Lobsprüche der Väter noch mehr überspannt, sagte, nicht das Elend im Volk habe diese großen Unruhen erregt, sondern seine Ungestraftheit. Es sei mehr ausgelassen als aufgebracht. Das ganze Übel stamme lediglich aus der freistehenden Ansprache. Die Konsulen könnten bloß Drohnen nicht befehlen, solange noch eine Ansprache am Mitschuldige stattfinde. Geschwind lasst uns, fuhr er fort, einen Diktator wählen, von welchem sich niemand mit einer Ansprache an das Volk wenden darf. Den Augenblick wird diese Wut, die jetzt alles in Flammen setzt, verstummen. Dann schlage mir einmal einer der Hescher zurück, wenn er weiß, dass sein Leben und Tod in der Hand des Einen steht, an dessen Majestät er sich vergriff. Vielen schien die Meinung des Appius, was sie war, hart und empörend. Die des Virginius und Latius Am meisten schien Virginius mit seinem Vorschlag den Mittelweg und zwischen den beiden das Mars zu treffen. Allein Parteigeist und Rücksicht auf eigenen Vorteil, die den Beratungen für das Ganze immer nachteilig waren und sein werden, gaben den Appius den Sieg und beinahe wäre er selbst zum Diktator ernannt. Dies würde vollends, gerade in der gefährlichsten Lage, da Volsker, Equer und Sabine alle Gewalt, die ihre Eigenheit nach streng genug war, in sanfte Hände kam. Sie wählten zum Diktator dem Manius Valerius, des Volesus Sohn. Die Bürger, ob sie gleich sahen, dass man den Diktator gegen sie gewählt habe, fürchteten doch von dieser Familie, da sie das Gesetz über die Ansprache seinem eigenen Bruder zu verdanken hatten. Keine Beleidigung, keine Härte. Hierin bestärkte sie die Verordnung, die der Diktator ergehen ließ, die freilich mit der des Konsuls Servilius fast gleichlautend war. Allein sie hielten sich zu größerem Vertrauen zu dem Mann und zu dem Amt berechtigt, gaben den Streit auf und ließen sich einschreiben. Ein Heer, so groß man es nie gehabt hatte, zehn Legionen wurden aufgebracht. Jedem Konsul wurden drei gegeben, vier bekam der Diktator. Auch ließ der Krieg sich nicht länger verschieben. Die Equa waren den Latinern ins Land gefallen. Latinische Gesandte hielten beim Senat an, entweder ihnen Hilfe zu schicken oder zu erlauben, dass sie selbst zur Verteidigung ihrer Grenzen die Waffen nehmen. Man hielt es für das sichere, in den Latinern ein unbewährtes Volk zu verteidigen, als ihnen die Waffen wieder in die Hände zu geben. Der Konsul Vetusius wurde hingeschickt und die Plünderungen hörten auf. Die Equa zogen sich aus dem Feld und unter größerem Vertrauen auf ihre Stellung als auf ihre Tapferkeit deckten sie sich durch die Gebirgshöhen. Der andere Konsul, der gegen die Volk gezogen war, um nicht ebenso seine Zeit zu verlieren, nötigte dem Feind hauptsächlich durch Verheerung seines Gebiets, sein Lager näher heranzurücken und auf eine Schlacht sich einzulassen. In der Ebene zwischen beiden Lagern standen die Heere, jedes vor seinen Verschanzungen zum Angriff bereit. An Menge hatten die Volk keine bedeutende Überlegenheit. Daher strömend und mit Verachtung taten sie den Angriff. Der Konsul ließ weder seine Linie sich in Schritt setzen noch das Geschrei zur Schlacht beantworten. Er hieß sie bei ihren in die Erde gepflanzten Wurfspießen standhalten, dann aber, wenn der Feind vor die Klinge gekommen sei, mit ganzer Kraft sich erhebend das Schwert gebrauchen. Die Volsker, vom Laufe und Geschrei ermüdet, waren auf die, so schien es, vor Furcht starrenden Römer herangestürzt, kaum aber fühlten sie sich von dem Widerstand gegenüber zurückgedrückt und sahen die Bestürzung, als wären sie auf einen Hinterhalt gestoßen, zur Flucht um. Und auch zum Fliehen fehlte es ihnen an Kräften, weil sie zum Angriff gelaufen waren. Die Römer hingegen, weil sie am Anfang der Schlacht ruhig gestanden hatten, ereilten bei voller Kraft die Ermüdeten leicht, stürmten ihnen in ihr Lager nach, verfolgten den aus seinem Lager gejagten Feind nach Velitré und in einem Zug drangen Sieger und besiegte zugleich in die Stadt. Hier floss in dem Gemetzel der Menschen aller Art des Blutes mehr als selbst in der Schlacht. Man verschonte nur die wenigen, die wehrlos sich ergaben. Mit diesen Taten im Volskerland war der Sieg des Diktators über die Sabina gleichzeitig, die ihm bei Weitem mehr Arbeit gemacht hatte. Er brachte sie zur Flucht und nahm ihr Lager. Durch seine einhauende Reiterei hatte er das feindliche Mitteltreffen in Unordnung gebracht, wo sie bei zu weiter Ausdehnung auf die Flügel durch Mangel an innerem Zusammenhang der Glieder eine Schwäche gegeben hatten. In dieser Verwirrung wurden sie vom Fußvolk angefallen, in fortschreitendem Angriff ihr Lager erobert und der Feldzug hatte ein Ende. Nächste Schlacht am See Regillus war in jenen Jahren nicht eine so ruhmvoll. Der Diktator zog im Triumph in die Stadt. Außer den übrigen Ehrenbezeigungen wurde ihm und seinen Nachkommen ein eigener Schausitz auf der Rennbahn eingeräumt und auf diesem Platz ein Thronsessel aufgestellt. Den besiegten Volskern wurde das Gebiet vom Velitre genommen und durch Anbauer, die man von Rom aus hinschickte Velitre zur Pflanzstadt gemacht. Weit später kam es mit den Äquan zur Schlacht, auf die der Konsul sich Ungarn einließ, weil man den Feind in seinem Vorteil nur von unten auf angreifen konnte. Allein die Soldaten, die den Konsul geflissentlich Erzögerung beschuldigten, nahm der Diktator, ehe sie in die Stadt zurückkämen, sein Amt niederlegen könnte und sein Wort ebenso wenig gehalten würde, als das drücken ließ. Durch die Feigheit der Feinde lief dieses schlimme Wagstück glücklich ab. Denn ehe man sich noch mit Wurfspießen erreichen konnte, gaben sie, über die Kühnheit der Römer erstaunt, ein Lagerpreis, das ihnen die festeste Stellung gewährte, und stürzten sich in die dahinter liegenden Täler. Für so einen unblutigen Sieg fanden die Römer Beute genug. Nach diesem auf die inneren Angelegenheiten nicht außer Sorge. So groß war der Einfluss und die Geschicklichkeit, womit die Wucherer ihre Vorkehrungen getroffen hatten, nicht nur die Erwartungen der Bürger, sondern selbst des Diktators zu täuschen. Valerius nämlich machte, nach der Rückkehr des Konsuls Vetusius, das Beste des siegreichen Volkes zum Inhalt seines ersten Vortrags im Senat und fragte an, was man über die Schuldsklaven bestimmen wollte. Als dieser Antrag verworfen wurde, sprach er, ich werde mit meinen Bemühungen zum Besten der Einigkeit missfällig. Bei Gott, ihr werdet nächster Tage wünschen, dass die Verteidiger des Volkes mir gleichen mögen. Was mich betrifft, so werde ich weder meinen Mitbürgern länger vergeblich Hoffnung machen, noch selbst vergebens Diktator sein. Zwietracht von innen und Krieg von außen machten meinem Amt dem Staate wünschenswert. Machten mein Amt dem Staate wünschenswert. Auswärts ist der Friede hergestellt, den Inneren wollen wir nicht. So will ich beim Aufruhr lieber Privatmann als Diktator sein. Mit diesen Worten verließ er das Rathaus und legte seine Diktatur nieder. Es war den Bürgern einleuchtend, dass er aus Verdruss über ihre Lager abgedankt hatte. Nicht anders, als hätte er sein Versprechen erfüllt, denn dass es nicht gehalten sei, habe er nicht an ihm gelegen, gaben sie ihm, als er nach Hause ging, unter Beweisen des Wohlwollens und Danks die Begleitung. Nun gerieten die Väter in Furcht, es möchten, wenn es her entlassen würde, von neuem geheime Zusammenkünft und Verschwörungen entstehen. Hatte gleich der Diktator die Werbung gehalten, so hielten sie doch den Soldaten, weil er den Konsul geschworen habe, durch seinen Eid für gebunden und gaben unter dem Vorwand, die Äquah hätten den Krieg erneuert, den Legionen Befehl zum Ausrücken. Dies brachte den Aufruhr zur Reife. Anfangs sollten sich die Bürger über die Ermordung der Konsul besprochen haben, um sich ihres Eides zu entledigen, als sie der Konsulen auf den Heiligen Berg hinaus gezogen, jenseits des Flusses Anio, 3000 Schritte von der Stadt. Diese Erzählung ist gewöhnlicher als die vom Piso angegebene, dass sie sich auf den Aventin gezogen hätten. Hier schlugen sie ohne alle Anführer ein festes Lager mit Wall und Graben auf und hielten sich, ohne etwas weiterzunehmen als die nötigen Lebensmittel mehrere Tage ruhig, wurden von niemand angegriffen und vergriffen sich an niemand. In der Stadt herrschte große Bestürzung und alles schwebte in gegenseitiger Furcht. Die von den ihrigen zurückgelassenen Bürger fürchteten Gewalt von den Vätern, die Väter fürchteten die zurückgebliebenen Bürger und wussten nicht, was ihnen lieber sein würde, wenn diese blieben oder gingen. Wie lange werde aber der ausgezogene Haufen sich noch ruhig verhalten. Was dann daraus werden wolle, wenn irgendein auswärtiger Krieg entstände. Die einzige ihnen bleibende Hoffnung gründe sich durchaus auf Einigkeit unter den Mitbürgern. Diese müsse man dem Staate wieder gewinnen, es koste, was es wolle. Man beschloss also, den Agrippa Menenius, einem bereten und bei den bürgerlichen, mit denen er gleicher Abkunft war, beliebten Mann, als Ton jenes alten ungeglätteten Vortrags bloß folgende Erzählung auf. Einst, als im Menschen noch nicht alles so einstimmig gewesen sei wie jetzt, sondern jedes Glied seinen eigenen Willen, seine eigene Sprache hatte, habe es die übrigen Glieder verdrossen, dass ihre Sorge, Arbeit und Dienstleistung alles nur für den Magen herbeischaffe. Der Magen aber, ruhig in der Mitte, nichts weiter tue, als dass er in den ihm zugeführten Genüssen sich sättige. Sie hätten also verabredet, die Hände sollen keine Speise zum Mund führen, der Mund die Gebotene nicht annehmen, die Zähne sie nicht zermalmen. Über diese Spannung, in der sie den Magen durch Hunger zu zwingen dächten, waren zugleich die Glieder selbst und der ganze Körper auf den höchsten Grad der Auszehrung gebracht. Da sei es ihnen einleuchtend geworden, dass auch das Geschäft des Magens nicht in Untätigkeit bestehe und dass er ebenso wie er genährt werde auch selbst wieder nähre, indem er das durch Verdauung der Speise gezeitigte Blut, wodurch wir leben und gedeihen, auf die sämtlichen Adern verteile, in alle Glieder des Körpers ausgehen lasse. Und durch Darlegung der Ähnlichkeit dieses inneren Aufruhrs im Körper mit der Erbitterung der Bürger gegen die Väter solle er seine Zuhörer umgelenkt haben. Es kam über die Aussöhnung zu Unterhandlungen und in den Vergleichspunkten wurde den Bürgerlichen eingeräumt, dass sie ihre eigene Obrigkeit haben, dass diese unverletzlich und zu Hilfsleistungen gegen die Konsulen verpflichtet seien und keinem von den Vätern erlaubt werden sollte, dieses Amt zu bekleiden. Demzufolge wurden zwei Bürgertribunen erwählt, Gaius Lucinius und Lucius Albinus. Diese wählten sich noch drei Amtsgenossen, unter denen auch Sicinius gewesen sein soll, der die Entfernung von Rom in Vorschlag gebracht hatte. In der Angabe der beiden übrigen stimmt man nicht überein. Einige behaupten, man habe auf dem Heiligen Berg nur zwei Tribunen gewählt und dort sei auch das Beschworene Gesetz gegeben. Während der Entweichung des Bürgerstandes hatten Spurius Cassius und Postumus Cominius das Konsulat angetreten. Unter diesen Konsulen wurde mit den Völkerschaften Latiums ein Bündnis geschlossen. Zur Vollziehung dessen blieb der eine Konsul zu Rom. Der andere, der in den Volkskischen Krieg geschickt wurde, erforcht einen Sieg über die Volska von Antium, verfolgte die Geschlagene Darauf nahm er Poluska, gleichfalls eine Stadt der Volska, dann ging es auf Corioli, zu dessen Erstürmung er alle Kräfte aufbot. Zu den vornehmsten Jünglingen, die damals im römischen Lager dienten, gehörte Gaius Marcius, ein junger Mann, voll Gegenwart des Geistes und Tätigkeit, eben der, der nachher den Zunahmen Coriolanus hatte. Das römische Heer, welches Corioli belagerte, und ohne alle Besorgnis vor einem Angriff von außen sein ganzes Augenmerk auf die in der Stadt eingeschlossenen Feinde gerichtet hatte, sah sich plötzlich von einem aus Antium aufgebrochenen Volsk Karriere in demselben Augenblick angegriffen, als die Belagerten einen Ausfall taten, gegen welche gerade Marcius mit einem Posten stand. Mit seinen Auserlesenen schlug er nicht bloß den Ausfall zurück, sondern kühn drange in das offene Tor, erfüllte die vordere Gegend der Stadt mit Mord und warf das Feuer, dessen er zufällig habhaft wurde, in die der Mauer nächsten Häuser. Das bei einem solchen Schreckchen gewöhnliche Geschrei der Einwohner vom Geheule der Weiber und Kinder begleitet, erhöhte schon durch seinen Ausbruch den Mut der Römer und machte die Volsker bestürzt, weil sie die Stadt, zu deren Hilfe sie Und Marcius verdunkelte durch seinen Ruhm den Namen des Konsuls so sehr, dass es jetzt vergessen sein würde, dass gerade Postumus Cominius im Volskerkriege Anführer gewesen sei, wäre uns nicht durch das auf einer ehrenden Säule eingegrabene Bündnis mit den Latinern der Umstand aufbehalten, dass Spurrös Cassius allein in Abwesenheit seines Mitkonsuls dies Bündnis geschlossen habe. In eben diesem Jahr starb Agrippa Menenius, ein Mann, der während seines ganzen Lebens bei den Vätern und Bürgerlichen gleich beliebt war, aber nach dem Auszug der Bürger diesen noch lieber. Und er, der Vermittler und Leiter der bürgerlichen Eintracht, der Abgesandte der Väter an das Volk, der Wiederbringer des römischen Volkes in die Stadt, hinterließ nicht, wovon er begraben werden konnte. Die Bürger trugen die Kosten seiner Bestattung, zu denen jeder mit einem Pfennig römischen Die römischen